Otto Oethe-Tibulski war ein deutscher Fußballspieler. Tibulski spielte zwischen 1936 und 1948 zusammen mit Hans-Claude, Fritz-Zepan, Ernst Kutz-Orara und Adolf Urban für den FC Schalke 04. Sein Debüt hatte er als 1-7-Jähriger bei den Senioren der Schalker gegeben. Mit den Knappen wurde der Mittelläufer in den 1930er und 1940er Jahren sechsmal deutscher Meister und gewann einmal den Schammer-Pokal. Er machte über 1.000 Spiele für Königsblau. In den Jahren 1936 und 1939 bestritt er jeweils ein Länderspiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft. 1936 gegen Luxemburg und 1939 gegen Jugoslawien. Im Dezember 1948 musste er seine Karriere nach einem Beinbruch beenden. Nach seiner Laufbahn übernahm er zusammen mit seiner Frau Tudel die Gaststätte des Schalker Club Heims an der Glückauf-Kampfbahn. Später hatte er eine Gaststätte in Mahl. Er wurde auf dem Gelsenkirchener Altstadtfriedhof beigesetzt. Sein Bruder Hans spielte ebenfalls für Schalke. Am 19. Juni 2011 wurde Tibulski in die Schalker Ehrenkabine berufen.